Das ist der kleine Lazuli. In Lazulis Garten könnt ihr gemeinsam viele Abenteuer und Überraschungen erleben. Und wenn er hungrig ist, dann löse 15 Knobeleien. In den vier Lazuli-Apps gibt es insgesamt 60 Lernspiele mit mehr als 1000 Knobelaufgaben für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Klopfe an die richtige Tür. Wie viele Vögel sind weggeflogen? Und merke dir die Zahlen. Sogar Fehler sind lustig. Lerne Zahlen, Mengen, Muster und erstes Rechnen. Entdecke noch viele weitere spannende Aufgaben. Auch die Vögel sind weggeflogen. Ach, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Nächte haste, die Jeden stimmelt. Nächte Diener. Karte, die Muster und erstes Rechnen. Eimein Stimme. Karte, die Muster erstes Rechnen. Die Jeden COAL-App. Untertitelung des ZDF für funk, 2017